Könnt ihr es auch spüren? Die Frühlingsgefühle kommen hoch. Wunderbar! Er steht vor der Tür der Frühling. Da möchte man natürlich super top gestylt und vor allem gut ausschauen. Und dafür haben wir ihn eingeladen. Den Experten in Sachen Mode aus der Region vom Modehaus Hell, dem Herrn Michael Hell. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit unserer neuen Folge von Shopping vor Ort auf aktiv.live. Schaut's zu! Jawohl! Schaut's zu!